Guck mal. Hahaha! Er ist so kack, ey. It's your boy Skinny P. Overwatch. Die Rückkehr der Rückgratlosen. Ah ja, das zwei. Guck mal. Wunderschön. Und das. Hahaha! Das war's dann mal wieder. Komplett. Wie viel Geld haben sie denn dafür ausgegeben? 39 Mark und 20. Neuer Fall, neues Glück. Auf. Weiter gehen. Weiter. Ah, das ist zwar ein Traum einer Map. Was machst du jetzt, du kleiner Mann, hm? Läuft jetzt weg, weil sie ja nicht auf Long sind? Er riecht etwas zu stark, dass da eben noch frei war. Und jetzt auf einmal nicht mehr, hm? Stop it! Run! Stop! Na. Der geht halt durch und weiß, wo sie stehen. Übrigens ist hinter ihm einer. Den man sogar steppen hört. Oh mein Gott. Der Cheat selbst schützt einen nicht vor der eigenen Taubheit. Der ist hinter dir gesteppt, mein Freund. Ich glaube, das wollen wir uns gar nicht mehr länger anschauen, ne? Later. Um Gottes Willen, ist das ein riesen Fall? Wie lange lädt denn der? Komm! Komm! Und bitte kein DAS 2. Oh, Inferno. Ja lecker. Dann rennen wir los, mein... Oh, mit Outdoor-Snipe. Das ist doch nicht wahr. Da leckt der auch noch. Was ist mit ihm los? Also er hat wallhacken und hat immer wieder durch die Wand geguckt, ob er noch da steht, wo er steht beim hinlaufen auf B. Aber kein Aim. Oh Mann, das ist so dumm. Guck mal da. Ah ja, da ist einer. Warte kurz. Ähm... Ich warte einfach hier. Oh, schon ist er tot. Ist das scheiße. Die Cheater werden nicht nur immer mehr, sondern auch immer schlechter. Früher haben wir Fälle gehabt, da waren nicht so oft Cheater dabei. Aber dann, wenn mal einer da war, hat er schon ordentlich reingeballert. Schon extremst. Aber das? Das ist Quark. Er hat sich jetzt mal dazu entschieden mit auf B zu gehen, weil es auf A so langweilig ist. Mal gucken, was er macht. Verdient. Ach, jetzt wurde er gemolligt. Jetzt kann er da gar nicht hin, wo er hin wollte. Oh nein, war da eben ein Aimer mit dabei? Hat er da was zugeschaltet? Warum erschießt er die nicht einfach durch die Wand? Wäre zu auffällig, ne? Hm. Hahaha. Guck mal. Hahaha. Hahaha. Er ist so kacke. Schon lange nicht mehr so einen Affen gehabt. Aber weiter. Komm. Wir haben noch was zu tun. Auf zum nächsten Fall. Obwohl ich sagen muss, die Overwatch ist von früher, wo man einen Fall angemacht hat und dann hat man sich den angeschaut und das aufgenommen und hochgeladen. Das war schon ein bisschen entspannter, ne? Man muss halt immer nur einen Haufen Kacke angucken und nicht irgendwie fünf oder sechs. Leider. Ach, jetzt geht das aber schnell. Aber wer der hackt, dann will ich ihn gar nicht haben. Ah, das zwei. Sehr schön, ja. Hab ich vermisst. Haben wir hier direkt wieder eine... Oh. Oh, warte, Moment. Hat er eben nicht sofort den Kill auf der Mitte gesucht, sondern wollte gerade Richtung B gehen? Wow. Genau. Hat er jetzt festgestellt, dass da überhaupt niemand Richtung B geht, sondern alle auf lang gehen? Hä? Woher weiß der denn? Das ist so ekelhaft. Das ist einfach so ekelhaft. Hm. Verdient. Wie sieht es mit deinen Sets aus? Hast du ihn erst angemacht? Ah. Hm. Ja, ja. Gib ihm durch die Wand. Gib ihm. Ja. Hm. Huch. 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 Klapp. Letzter ist auf Short am rumballern. Oh, da kommt er. Vorsicht. Oh, zum Glück hat er aufgehört, da hoch zu springen. Meine Wenigkeit wäre nämlich weiter gesprungen und dann gestorben. Hm. Na, weißt du wo sie sind? Hm. Suspekt. Ist er auf A? Komisch. Auf A steht niemand. Zum Glück hast du keinen Fokus auf Side gehabt. Hm. Ah, ich freue mich über mich, wenn die in die Fresse bekommen. Mit viel Glück hängt bei die Gegnern auch einer. Und dann hat er so ein Kräftemessen. Hm. Er geht lieber mal zurück. Ich meine, er weiß ja, ob er kommt oder nicht. Er sieht's ja. Moment, kommt er nicht? Ah, er geht weg. Schade. Kannst du jetzt auch weggehen? Ja. Mhm. Ein weiteres Beispiel, dass die Cheater immer dümmer werden. Also er kann ja wirklich überhaupt nichts mehr selbst im Spiel. Früher waren Leute dabei, die zumindest hätten noch selbst ein bisschen spielen können. Aber heute können die ja gar nichts mehr. Nichts. Also es wundert mich, dass die laufen können. Vielleicht unser letzter Fall. Ich hätte halt echt gerne mal wieder jemanden, der nicht hackt oder jemanden mit fetten Skins. Ja. 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 Guck mal, jetzt ist er sogar noch am Reinspinnen. Das andere hat einfach nicht gereicht. Counter-Strike ist zu hart geworden gegen die ganzen anderen Cheater. Glaubt ihr, dass ich Cheater irgendwann sagen, hey, es macht keinen Spaß mehr zu cheaten, weil alle cheaten? Hehehe. Come on. Letzter Fall aber jetzt wirklich. Der hat 5000 Knives und cheatet und verliert alles. Los. Well, man. It's cash. Auf meine Hass-Map folgt meine Lovelings-Map. Sweet. Wenn jetzt noch. Okay, Knife hat er nicht. Aber wenn der jetzt einfach nicht hackt, sondern total krass, äh, legit ist. Ich würde sagen, dann haben wir unseren Sold auf jeden Fall erfüllt für heute. Dumm ist er schon mal? Krsch, abgehakt. Was macht der denn? Oh Mann. Haben wir das eben gesehen? Seine Aim-Unterstützung war doch eindeutig falsch eingestellt, oder? Der Gegner ist geduckt und trotzdem schießt er jedes Mal dahin, wo der Kopf wäre. Er ist schon ultra aufgeregt. Da muss er natürlich hier komplett hochfahren, ne, und, ähm, ja. Die Cheater werden immer dümmer. And that's a fact. Übrigens hab ich das nächste Knife, das in den Livestreams rausgehen wird. I know it's fucking delicious. Oder nur delish? Manche sagen delish. Andere sagen delicious. Ist ein Jersey-Ding. Kommen wir zum Ende, meine Damen und Herren. Vielen Dank fürs Zusehen, vielen Dank für die Likes und die Kommentare. Und natürlich vielen Dank für meine übermäßig krassen Patrons und Komal-Kanalmitglieder. Fuck. Ich hab, glaub ich, grad einen Schlaganfall, Leute. Ich muss schnell ins Bett.